Hallo und herzlich Willkommen am Telestammtisch. Ich habe absolut keine Ahnung von Ed Sheeran und damit herzlich Willkommen zur Besprechung von Ed Sheeran, das Sommer wird all beim Telestammtisch. Ich bin Nestu und mit mir an Bord ist der Sven. Hallo Sven. Hallo. Ich habe mich jetzt schon geoutet, dass ich absolut gar keine Ahnung habe von Ed Sheeran. Das ist auch nicht böse gemeint. Also ich habe wirklich keine Meinung zu diesem Künstler, weil ich, du könntest mir ein Lied von ihm vorspielen und ich könnte dir nicht sagen, ah ja, das ist Ed Sheeran. Ich würde einfach sagen, okay, ist ein Song. Wie ist es bei dir? Ich habe Ed Sheeran tatsächlich auch erst relativ spät, in Anführungsstrichen, entdeckt und ich mag ihn. Also ich höre sie ganz gern. Ich bin jetzt kein Mega-Fan, aber es gibt ein paar richtig gute Lieder. Okay. Deswegen ist es auch vielleicht nicht so überraschend, dass du diese Doku-Serie The Summer of It All gesehen hast. Ich hingegen wusste bis vor ungefähr zehn Minuten noch nicht mal, dass diese Serie existiert, bin aber trotzdem natürlich bereit, dich darüber auszufragen. Denn Sven auszufragen, das er ja erwähnt, ist immer eine ganz, ganz große Ehre und ein ganz, ganz großer Spaß. Und wir beginnen diese Fragestunde, keine Angst, es wird keine wirkliche Stunde werden, aber mit einer einfachen Sache, nämlich erklär mir mal bitte, was erwartet mich jetzt als absoluten Ed Sheeran Neuling, wenn ich jetzt bei Dissin Plus Some of It All eingebe und auf Play drücke? Also wir haben vier Folgen, die etwa 30, 35 Minuten gehen und die sind in Kapitel aufgeteilt. Die heißen dann, das erste heißt Love, das zweite heißt Lost, das dritte heißt Focus und das vierte heißt Release. und darin wird, also wird seine Anfänge, seine Freunde, es gibt viel Einblick ins Private, auch mit seiner Frau und es wird einfach sein Lebens- und teilweise auch sein Leidensweg beleuchtet. Uns gibt viel Musik. Kurze Frage, aber Ed Sheeran ist jetzt nicht bekannt geworden, weil er bei irgendeiner Casting-Show mitgemacht hat, oder? Nein. Okay, das zeigt mal wieder, wie viel Ahnung ich davon habe. Und er macht Popmusik, oder? Ja, aber ich finde, was bei ihm wirklich gut ist, dadurch, dass ich einfach eigentlich im Herzen ein Rap-Fan bin, er aber es schafft, ganz viele Musikstile zu einem, in Anführungsstrichen, Mischmasch zu vermischen und sich das einfach gut anhört. Und wenn man sieht, mit was für, jetzt auf Rap-Musik mal bezogen, mit was für Künstlern er schon zusammengearbeitet hat, ist das schon ein ziemlich, also es ist schon ein sehr, sehr hohes Level. Also ich habe einmal was gesehen, nicht von ihm persönlich, sondern Jamie Foxx, der bei Graham Norton zu Gast war und erzählt hat, wie er Ed Sheeran ja nicht entdeckt hat, aber so ein bisschen bekannter gemacht hat. Und da war schon irgendwie klar, dass dieser Ed Sheeran wohl wirklich auch einen Hang zu Hip-Hop hat. Wie ist es jetzt in der Dokumentation? Kommen da viele bekannte Namen zu Wort oder ist es wirklich mehr so ein klarer Fokus auf die Person Ed Sheeran nur? Es ist eher ein, in Anführungsstrichen, kleiner Fokus. Also sie beleuchten halt auch viel Sachen, wie zum Beispiel den Verlust von seinem besten Freund, der ihn auch immer wieder in Abgründe zieht und den er halt bis heute irgendwie noch, also was heißt irgendwie, den er bis heute noch nicht verarbeitet hat. Aber es ist schon so auf diesen Inner Circle. Ed Sheeran, ein paar seiner Freunde, Arbeit an den Alben, es gibt viel Konzertausschnitte, wie er gewisse Sachen macht, weil er ja auch Solo-Künstler ist. Also er hat keine Band auf der Bühne, sondern er macht es mittels Taps, die auf der Stage verteilt sind und macht damit Musik und es ist nur er. Und darauf liegt eher so der Blick. Also wir haben jetzt auch mal einen Kurzauftritt mit Eminem bei der Rock'n'Roll Hall of Fame, aber dass man jetzt Eminem hier oder was weiß ich wen da mitquatschen lässt, das nicht, nein. Okay. Und hattest du für dich das Gefühl, dass du jetzt Ed Sheeran mit anderen Augen siehst? Ich habe vor geraumer Zeit, ich kann mir auch nicht sagen, wie lange es schon her ist, da habe ich ein paar Sachen gelesen, wo ich gedacht habe, naja, okay, gut. Und dadurch, dass er so schnell Erfolg gehabt hat, hatte ich eher so ein bisschen so dieses über die Presseberichte halt dieses abgehobene Gefühl, oha, jetzt dreht er durch. Also der hat sich ja auch rundherum, soviel ich weiß, man darf auch gerne sagen, nein, das ist nicht so. Zumindest mal habe ich es im Hinterkopf, dass er um sein Grundstück herum relativ viel Land aufgekauft hat. Und da kam so die Frage auf, ja, hat er keinen Bock auf Nachbarn? Will er seine Ruhe? Ich meine, das ist ja, ich würde es glaube ich genauso machen. Aber es kamen dann einfach ein paar Umstimmigkeiten raus, wo man gedacht hat, naja, gut, okay, vielleicht ist er einfach doch nicht der nette Typ von nebenan, sondern der Erfolg hat ihn halt ziemlich hochnäsig gemacht. Und durch die Dokumentation bekommt man eigentlich genau das Gegenteil zu Gesicht. Klingt jetzt aber erstmal auch so ein bisschen wie eine Art, ja, Werbung für ihn. Oder ist die Doku oder die Serie auch so weit daran interessiert, auch mal negative Seiten aufzuzeigen? Oder auch mal klarzumachen, Leute, das ist ein Superstar, das ist auch ein Mensch, aber auch der hat seine Schattenseiten. Und ich meine damit jetzt nicht nur, dass er damit immer auch zu kämpfen hat, mit diesem, ich nenne es mal Trauma, dass sein bester Freund gestorben ist. Also, naja, ein bisschen Werbung ist es schon. Das kann man schon sagen. Und das finde ich aber auch nicht schlimm, weil es dir jetzt nicht so direkt vor das Gesicht gehalten wird und gesagt wird, ey, übrigens jetzt musst du es alles richtig geil finden, weil der Typ ist geil. Das bekommst du nicht so. Du bekommst schon Schattenseiten. Es geht ja auch um Depressionen. Seine Frau ist auch krank. Da gibt es schon so ein paar bad moments, sagen wir mal. Aber das dominiert jetzt nicht den Grundton der ganzen Dokumentation, sondern es zeigt einfach, dass Musik für ihn ein Weg hinaus aus allem ist. Er benutzt Musik, um viel zu verarbeiten. Er schreibt seine Songs, die alle sehr persönlich sind und jetzt nicht immer nur um Money und Bitches gehen, sondern einfach halt auch wirklich teilweise sein innerstes Widerspiegeln. Das fand ich schon sehr interessant. Und natürlich ist es so, dass durch die ganzen, ich meine, der hat in Wembley schon gespielt und das relativ schnell. Also sein Erfolg kam quasi über Nacht. Das ist schon mega beeindruckend gewesen. Ja, aber es ist auch ein bisschen, ein klein bisschen Schleichwerbung ist drin, aber das ist okay. Okay. Hast du denn das Gefühl, dass es vielleicht diese Doku auch in drei, vier Jahren vielleicht als Vorlage dienen könnte, um daraus einen Spielfilm zu machen? So eine Art Bohemian Rhapsody oder Ray oder Walk the Line, nur halt eben rund um das Leben von Ed Sheeran? Das könnte sein. Das kleine Problem, was die Dokumentation hat, es gibt keinen geraden Faden, dass man jetzt sagt, wir beleuchten die Jahre von 2017 bis jetzt oder, ich meine, wir fangen ganz vorne an, aber man springt immer gern mal von Album zu Album. Wir haben dann unten eine Timeline und dann geht es wieder ein paar Jahre zurück, dann geht es wieder ein paar Jahre zuvor. Also da fehlt für mich persönlich so ein bisschen der rote Faden. Aber sie ist trotzdem unterhaltsam und, aber ich weiß nicht, ob das genug Material für einen Film à la Ray oder so bietet. Das kann ich jetzt, das kann ich nicht beurteilen. Also von der Dokumentation her würde ich eher sagen, nein. Es waren jetzt, ich weiß gar nicht, ob du es schon erwähnt hast, vier Folgen, oder? Wie lang ist so eine Folge? Ja, so an die 30, 35 Minuten. Okay, da stellt sich mir die Frage, warum, oder warum glaubst du, wurde das so aufgeteilt in vier Folgen? Man hätte ja einfach sagen können, hier habt ihr einen zweistündigen Dokumentationsfilm. Ich glaube persönlich, dass es halt so gestrickt ist, wie auch sein Albumkonzept. Ah, okay. Dieses Mal, Plus, Minus, ist gleich, geteilt und so weiter und so fort. So ist es ja auch in Kapitel hier aufgeteilt, was ich am Anfang schon gesagt habe, hier mit Love, Loss, Focus und Release. Ich denke, dass es das dahinter eher so, dass das Konzept steht und natürlich auch dadurch, dass sie jetzt rausgekommen ist und jetzt anscheinend auch die Arbeiten an seinem nächsten Album beendet sind, ist es natürlich auch ein klein bisschen Promo. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. So, jetzt eine Frage. Ich will ehrlich sein, so richtig, boah, also ich habe nicht jetzt große Lust, mir das anzuschauen. Wie gesagt, das ist wertfrei gemeint, ne? Ed Sheeran interessiert mich halt einfach nicht. Glaubst du, oder sollte ich vielleicht deiner Meinung nach trotzdem mal einen Blick riskieren oder sagst du, wenn da überhaupt gar kein Grundinteresse da ist, dann braucht man sich das gar nicht anzuschauen? Oder gibt es da doch irgendwas ganz Besonderes an dieser Serie, dass du sagst, doch, das können dafür sorgen, dass ich in zwei Tagen da stehe und irgendeinen Ed Sheeran-Song mitgröle? Buh, das ist eine gute Frage. Kann ich gut, ne, Fragen stellen. Ja, kannst du sogar sehr gut. In dem Fall würde ich Jein beantworten, weil in dem Fall ist es tatsächlich schwierig. Was ich sehr beeindruckend fand, ist seine Bühnen-Performance. Also ich dachte, er tritt mit Band auf, ich habe noch nie was live gesehen, aber dieses punktuelle Einsetzen seiner Tabs und das muss ja wirklich, also es muss 1000% stimmen, sonst passt es ja ganz, das Ganze ja überhaupt nimmer. Das hat mich schon sehr, sehr beeindruckt. Auch, dass er bei den Auftritten im Publikum teilweise ist. Das hast du ja heutzutage, das gibt es ja auch nimmer. Also da geht ja ganz, ganz selten jemand ins Publikum hinein. Und er ist wirklich immer mittig und er ist präsent und das hat mich schon schwer beeindruckt. Und auch, wie es sich live anhört, wo ich dachte, die Karten nicht so verdammt teuer werden, würde es mir tatsächlich mal live geben. Aber ob das jetzt für jemanden, der mit der Musik nichts anfangen kann, so ein Turnover gibt, dass der sagt, eh, ab morgen färbe ich mir die Haare rot und kaufe mir schon Edgier und Klamotten, das bezweifle ich. Also es geht mir gar nicht so darum, dass ich jetzt die Musik toll finde, weil ich will ehrlich sagen, ich habe halt überhaupt keine Ahnung, was der für Musik macht. Ich bin da wirklich komplett jungfräulich. Es ist nur so, dass mich die Persona nicht interessiert. Und ich sage damit nicht, dass ich den Mann nicht mag. Ich kenne ihn halt einfach nicht. Und aktuell sehe ich halt keinem Bewandtnis daran, etwas zu ändern, weil es mir halt eben egal ist. Und da ist jetzt natürlich die Frage, soll ich mir jetzt diese zwei Stunden investieren, um mir diese Serie anzugucken? Und glaubst du, dass es daran etwas ändert? Dass ich dann wirklich sage, dass ich nicht zum großen Edgier-Mega-Fan werde, das erwarte ich gar nicht. Sondern, dass ich dann sage, ja, okay, das war wirklich interessant. Es waren gut investierte zwei Stunden. Oder ob es für mich dann letztlich auch nur ein Schulterzucken bleibt. Ich glaube, für dich bleibt es nur ein Schulterzucken. Es ist was für Fans oder so Leute für mich, die sich einfach für gewisse Songs wirklich saugut finden. Und einfach ein bisschen mehr Einblick zu haben. Ich weiß halt auch nicht, ob es für die Mega-Fans jetzt so ist, dass die bei der Doku da sitzen und sagen, hey, boah, das wusste ich nicht. Das bezweifle ich. Aber es gibt halt viel private Einblicke. Und da weiß ich nicht, ob es die vorher schon gegeben hat. Okay. Gut, da würde ich sagen, machen wir jetzt hier mal Schluss. Wir hatten, wir haben Love gehabt. Ich war ein bisschen lost. Und es wird jetzt Zeit, um einen Fokus zu setzen auf dein Fazit, um dann den Release von uns einzuleiten. War das nicht schön? Also, Sven, dein Fazit zu Ed Sheeran, The Some of It All. Eine interessante Doku für Fans. Für Mega-Fans fehlt vielleicht noch ein intimerer Einblick. Aber selbst die werden ihren Spaß haben. Es war unterhaltsam. Es war informativ. Es ist auch ein bisschen Werbung. Aber ich wurde zwei Stunden gut unterhalten. Okay. Dann vielen Dank bis dahin. Dann würde ich sagen, bereiten wir jetzt alles vor für unsere gemeinsame Dokumentation und ist den Plus, The Sven of It All. Ich bin sehr gespannt, was dabei herauskommt. Das werdet ihr dann irgendwann in Zukunft oder in einem Paralleluniversum hören. Was ihr jetzt aber noch von uns hören werdet, ist einmal das. Vielen Dank für eure Zuhörerei. Das war kein deutsches Wort, aber scheiß drauf. Und euer Like, dass ihr garantiert irgendwo, wo es Likes gibt, für den Tele-Stammtisch schon erlassen habt. Und denkt dran, uns gibt es auch auf unserer eigenen Website www.tele-stammtisch.de. Damit wäre ich jetzt endgültig durch. Ich sage vielen Dank, Sven, die gebürteste Wort und tschüss. Nein, ich werde nicht singen. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.